Und da sind wir direkt wieder zurück, wuhu, let's go ins Tula Korts Grab, Leute, willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic als Sith, Krieger und wir gehen rein in Tula Korts Grab. Und wir haben jetzt hier verschiedene Punkte wahrscheinlich zu, wo wir hin müssen. Und zwar müssen wir in zwei verschiedene Gänge, Entschuldigung, da und da um... Warum ist es hier so leer? Ich gehe erstmal hier hin, weil hier ist Hauptstory, glaube ich. Ich gehe erstmal hier hin, weil ich will die Hauptstory später machen. Die Hauptstory, äh, ja, ist halt immer cool, ne? Jetzt gehen wir erstmal die Treppe hoch und gucken, ob wir hier müssten, wie... Oh, stimmt, das war das. Wir machen doch erst das hier. Hol dir die Schäme aus... Ja, wir machen doch erst das hier, weil das wird dann doch noch ein bisschen länger mit dem anderen Geschisse. Und, ja, Leute, willkommen zurück. Wir werden jetzt hier die Leute auseinandernehmen, die sich uns in den Weg stellen. Und die werden unsere Macht zu spüren bekommen und, äh, ich greife diese Dinger hier direkt an. Zack, bumm, und... Kabusch. Ich treffe nicht. Ja, voll ins Fressplatte, rein da. Wunderbar. War das du? Nichts Besonderes. Komm her, möchtest du auch noch was auf die Fresse bekommen? So, kommt her. Und einmal die Fünf. Und einmal die Sechs. Und einmal die Sieben. Mit dir, ne? Du, du kommst hier später an den Zug. So, zack, ins Maul. Hutz. So, oh, cool, ein Knochen. Und sie hat nichts gedroppt. So, und wir müssen da hin, ne? Das sind, glaube ich, die Scherben. So weit entfernt. Den Ernst? Perfekt. Ich hab hier, hier ist, hier ist nichts gewesen, ne? Nichts, oder? Was macht das? Ah. Oh, schau mal. Was macht das? Doch ist besser. Ah, der hatte ich noch gar nicht an. So rum. Roter, was ist das? Roter, lichtdurchlässiger Kristall. Cool. Äh, bin ich hier falsch? Und bin ich hier richtig? Ich muss... Ah, hier sind die Scherben. Ja, moin. Ja, let's go. Wir gehen an die Scherben ran. Servus. Einmal hier. Bitte einmal einparken, du. Ne, ich. Und... Ich will die auch noch haben. Äh, okay, let's go. So, Hauptmission quasi zu Ende. Was ist das hier eigentlich? Ich bin mir zurückgesetzt in... 19 Stunden. Ah, das ist neu. Das kenne ich jetzt tatsächlich noch nicht, dass die Mission zurückgesetzt wird, so eine Mission. Was kriege ich dafür eigentlich? Ist das hier? Ich bin auf einem gebunden. Benutzt diesen Pass, ermöglichst du die Reisen zu einer sicheren Bereich in der Nähe des Ziels. Missionen, Hassmaschine auf Kuribahn. Okay. Stopp. Ne, ne, ne. Da teleportiere ich mich doch irgendwo an den Arsch der Heide mit. So, hast du irgendeine... Ach, du hast nichts für uns. So. Müssen wir aber hier auch mit ein paar Leuten kämpfen. Und die kriegen voll aufs Fressbrett. So, wir gehen aber ein bisschen außen rum, weil ich nicht unbedingt so in die... in alle Kämpfe reingehen möchte. Ja, hier, hau drauf. Boots. Und noch hier einen mit. Zack. Hast du was für uns? Nichts außer Credits. Ich muss kurz mal auf die Map gucken. Ich muss hier unten hin. Und das ist... Genau, das ist das. Ich gehe jetzt hier hin, dann hier hin, dann hier hin und dann raus. Ich will auf den hier hin. Ich will auf den hier hin. Und jetzt. Fünf. Und sieben. Und den auf den Maul. Was denkt ihr, wer ihr seid? Was denkt ihr, wer ihr seid? Wo ist denn der Eingang? Was summt denn hier so? Oh! Was spielst du denn? Was ist das? Was ist das? Die ist da hier in rotem Matrix-Spiel. Da können die mit anderen Matrix-Spiel. Okay. Okay, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Okay, ja, ja. Ist okay. Wo gehen diese ganzen Splitter hin? Das ist... Was ist das alles? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Das ist das Komische. Naja. Egal. Egal, egal, illegal. Ich will hier nicht in die ganzen Fights mit den Leuten reinkommen. Mir ist nur nervig. So. Ich bin hier richtig. Und ab. Das ist... Zu Zoller-Kotz-Grab aktivieren. Die Maschine, ne? Jo. Glaube ich. So. Activate mir doch mal die... Ja, komm. Hier machen wir doch mal den hier. Bisschen fighten muss man ja schon, ne? So, haben wir die 6 hier. Miau. Hast du denn nichts? Wenigstens was Tolles für Unf. Ja, super. Für Unf. Für Unf. Die sind auch hier Silber. Also hier auch am Rand. Die sind nämlich, äh, stärker. Und... Jau. Äh... Ja, die sind stärker. Das ist auch, wenn das Gold ist, dann sind sie noch stärker. So. Und hier springe ich jetzt auf... den und dann 5. Du möchtest recht oft machen, richtig? Ja, möchtest du, ne? Hatte ich hier eigentlich noch was gedroppt? Nope. So, äh, wir müssen... Wir müssen... Das ist... Sith... Ach, Gruppenphase. Okay. Und hier sind wir aber richtig. Ich nehme mich an. So, dann pulle ich die jetzt mal gerade alle. Kommt mal bitte alle mit. Kommt mal bitte alle mit. Kommt mal bitte alle mit. Ich möchte das jetzt direkt auf einem Schlag hier alles fertig haben. Servus, 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 Servus. Und... Let's go! 5. 4. Oh, das war vielleicht eine dumme Idee. Was ist passiert? Was ist hier passiert? Was war das? Was stand da gerade? Also, es war eine Einladung. Ja, nee, oder? Vielleicht Point. Nee, nee, mach ich nicht. Ey, ich bin schneller. Ich hab Speed. Achso, ich hab... Ich hab hier unten was bekommen. Ist das, weil ich ein Level abgekommen bin? Ah, jetzt bin ich schneller. Schön. Was macht das? Aha, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das alles? Ich bin auf jeden Fall schneller. Das ist... Oh Gott, was ist passiert? Das ist auf jeden Fall gut. Und, äh... Da ist noch was, was wir öffnen können. Looten und leveln, Leute. Looten und leveln. Sind die besser? Nö. Was ist hier drin? Da schon wieder ein roter... Amoforberkristall. Wo ist der... Wo geht der hin? Wo gehen die mal hin? Das ist die Frage, der Frage. So. Oh, moin. Nö, nö, nö. Ich bin schneller. Okay, wir haben jetzt Speed. Ich zieh mal kurz das hier rau. Warte mal, ich will jetzt mal... Äh, hier oben konnte man das, ne? Äh... Fähigkeiten. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das hier. Zehn. Wahrscheinlich kann ich jetzt zum Beispiel hier das hier mal rausziehen. Jetzt nehme ich hier normale Angriff. Und... Passiv, passiv. Was macht denn das alles? Waffen geschickt Lichtschwert Stufe 1. Keine... Was? Kann Einzellichtschwert tragen. Okay. Äh... Verwende die Ausgangsform des Lichtschwertkanz... So, wenn ich das jetzt hier reinziehe... Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Hm. Was ist das? Endlose Wut? Wie kann ich das hier reinziehen? Das ist so die Frage noch, die sich mir stellt. Geht doch da weg. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal schneller. Das ist gut. Ich habe jetzt Angst, dass ich hier durch diesen Slot da was verpasst habe, quasi. Hm. Muss ich mir nochmal... Muss ich noch rausfinden, wie ich das nochmal genau mache. Die Fähigkeiten da in den Slot reinziehen. Servus. Acht. Null. Was ist null? Was hat's gemacht? Acht. Okay. Let's go. Das ist ja noch eher was für, äh... Größere Gegner. So, nicht anders. Bitches. So, mit euch steinen muss ich zwangsläufig fighten. Ich hüpfe auf den drauf. Was macht null jetzt? Was macht das denn? Ich weiß nicht, was es macht. Ich könnte es mir ja durchlesen, aber es wäre jetzt viel zu einfach. Ich lese es nicht durch, Leute. Ich lese es nicht durch. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich lese es nicht durch. Ich lese es nicht durch. Ich lese es nicht durch. Hm. Oh, nein. Stimmt. So, durchlesen. Das Ziel und Zwinge ist, sich sechs Sekunden lang anzugreifen. Spielerzeit verursacht sechs Sekunden lang durch Prozent weniger Schaden, wenn sie... Bitte was? Moment mal. Oh, servus. Muss der mich angreifen? Das ist ja übel lustig. Ja, ist ja okay. Hallo, darf ich dich mal... Hallo? Wieso konnte ich mich nicht angreifen? Habe ich irgendwie die Feststelltaste reingemacht? Ich kann gerade nicht angreifen. Hey, ist irgendwie verpackt, glaube ich gerade. Jetzt ist mein Sprintboff wieder da. Hä? Ja, ich muss jetzt hier Leute töten. Das war weird. Ja, schon wieder ist es weg. Ach, der ist, glaube ich, seitdem nur im Kampf weg. Ja, Schmieder. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht so ganz, ne? Ist das wegen dem... ... wegen dem Typen oder wie oder was? Ich bin so schwer. Ich kann nicht angreifen. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist übel verglitscht hier gerade. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist meine Maus kaputt? Ne. Hä? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Das ist gerade komisch. Schlage ich mit der falschen Hand die ganze Zeit? Bin ich dumm? Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm, Leute. Ne, ich kann hier nicht angreifen. Das macht gerade keinen Sinn. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwie ist das hier gerade ganz komisch. Das ist wieder. Ich kann nicht... Ich kann nicht angreifen. Was ist das hier? Hol die Schirm aus der Maschinenkammer. Hol die Schirm aus dem Archiv. Kehr laut bla 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 zurück. Kehr... Ne, ist alles richtig bis jetzt. Okay, irgendwie ist es hier gerade ganz komisch. Ich... Ich verstehe nicht. Ist deswegen gerade eben diese Einladung vielleicht. Muss ich hier rein? Gruppenphase. Ne. Das will ich ja nicht machen eben. So. Moin Werner. Kann ich jetzt gegen dich mal... Ich... Hier? Ich kann schon... Ne, es geht nicht. Ich kann nicht angreifen. Was ist das da? Im Kampf. Du befindest dich im Kampf. Ja, gut. Das freut mich. Ich kann aber nicht angreifen. Irgendwas stimmt hier nicht. Noch nicht bereit. Aber... Aber ich... Da. Ich kann... Ich muss hier gleich mal das Spiel neu starten. Ich weiß nicht, ob es verglitscht ist oder irgendwas. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall gerade nicht. Und mir erklärt sich gerade nicht, was. Muss hier weiter rein. Das jetzt in einem Kampf mit einem großen Boy. Da hätte ich hier gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich sein soll, ne? So. Bin ich hier richtig? Ich muss hier immer noch weiter, ne? Ich bin hier richtig, oder? Ich bin hier komplett falsch. So. Fünf. Äh... Hit das hier mal reinhauen. Ich will jetzt sterben. Ich will jetzt sterben. Ich will jetzt sterben. Ich will jetzt sterben. Ähm... Ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Das ist... Wiederbeleben. Bla, bla, bla. Ja. Sprinten. Sonst nichts Besonderes. Von welch ist es angegriffen? Ah, schön, dass es unsichtbar war, Bro. Finde ich voll fett. Ich kann nicht kämpfen. Ich darf nicht kämpfen. Ich kann... Leute, ich kann nicht kämpfen. Irgendwas ist hier gerade sehr glitchy. Ich muss da hin. Irgendwas ist sehr verglitscht. Sehr, sehr verglitscht. Definitiv. Was ist das denn? Wird beim Aufnehmen gefunden. Nebenbei allgemein. 100% Haltbarkeit. Gegenstand modifiziert auf... Geh mal hier rein. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht. Es ist mir egal. Ich möchte hier... Ich möchte kämpfen können. Da schon wieder. Ich bin verwirrt. Wirklich, Leute. Also das ist... Ich bin gerade maximal verwirrt. Oh, ich weiß, glaube ich, warum. Ich glaube, ich weiß, warum. Weil ich wieder mal dämlich war. Äh... Wo haben wir es? Ups. Abbrechen. Ich glaube, ich war mal wieder dumm. Ansturm. Ist es das? Ich glaube, ich war einfach wieder doof. Ja, ich war wieder mal doof. Das hatte ich schon mal. Man muss diese Attacke unten drin lassen, weil das der normale Schlag ist. Oh, nein, ey. Wie dumm. Ich hatte es schon mal gemacht. Leute, ihr dürft gerne mal Hashtag Idiot in die Kommentare schreiben. For real. Das war jetzt echt schlecht. Was war das? Benutzt du über deinen Gefährten ein Geschenk? Oh, schon wieder ein Geschenk für den Gefährten. Geil. Oh Gott, was war das für ein Voice Crack? Hat keine gehört, hat keine gehört. So, ja. Kehre zum Jedi, schließe die Eroberung ab. Was ist das hier? Aktiviere. Nee, 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 alles gut. Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen, Bro. Also, das war jetzt gerade schon wieder übel dumm. Okay, jetzt weiß ich mir. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Boots. Äh, das war jetzt wieder dämlich von mir. So, aktiviere die rote Maschine. Das mache ich hier, ne? Ja. Dann gehen wir doch mal und aktivieren das gute Ding mal. Wo muss ich hin? Dass sie mir das hier mal noch anzeigt. Muss ich da noch? War ich da nicht komplett durch? Könnte halt sein, dass ich so dämlich war. Ach, Digga. Bruder, jetzt nervt mal, ne? Jetzt, jetzt nervt es aber langsam hier. Es kann halt sein, dass ich da nicht komplett drin war. Perfekt. Aber wäre dämlich. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass ich so doof war. Wirklich nicht. Doch, ich war hier noch nicht durch. Perfekt. Hey, ich habe doch mal die Scherben noch geholt. Leute, die Folge ist jetzt gleich zu... Ist jetzt zu Ende? Ja, ja. Ist okay. Ich gehe gerade mal ganz kurz dahin, weil ich habe da doch die Scherben genommen. Also, die haben wir doch genommen. Kannst du mir sagen, was du möchtest? Die haben wir genommen. Ich dir danke. Ach ne, hier sind auch noch Scherben. Lol. Perfekt. Es waren zwei Scherben. GG. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Ciao.